Als letzten Schritt möchte ich jetzt noch das Style Sheet anschauen, das zusammen mit den Fonts mitgeliefert wurde. Im Ordner, wo die Fonts liegen, gibt es ein Style Sheet. Ich habe übrigens das Style Sheet mit meinen AdFontface-Regeln gelöscht, darum sieht man hier wieder den Fallback. Ich möchte jetzt das mitgelieferte Style Sheet verwenden. Zuerst schaue ich an, was da drin steht. Ich habe vorhin schon reingeschaut und gesehen, dass es einen Fehler gibt. Und wenn du hier schaust, wie die Dateien heissen, steht überall Version 5 hinter dem Namen der Schriftfamilie. Und hier im mitgelieferten Style Sheet steht überall 4. Also hier wird es einen Fehler geben. Aber zuerst einmal möchte ich schauen, ob es funktioniert. Ich habe hier auch schon eine Regel hineingeschrieben, dass der Hintergrund rot wird. Und ich ändere jetzt in meinem HTML-Dokument den Pfad. Der geht nicht mehr direkt auf der gleichen Ebene wie das Index.html in ein Style Sheet namens fonts.css, sondern das soll im Ordner Nikrom auf dieses, ich mache das etwas breiter, auf dieses mitgelieferte Style Sheet zeigen. Speichere ich das ab. Und ich sehe hier, dass dieser orange-rote Hintergrund interpretiert wird, also der Link funktioniert. Aber die Fonts kommen nicht mit. Jetzt kann es daran liegen, dass hier als Name ein grosses N geschrieben ist. Und ich hatte vorhin ein kleines N. Vielleicht muss ich das ändern. Aber das wird nicht der Fehler sein, sondern der Fehler ist es hier, die Pfade nicht stimmen. Und ich muss das kurz suchen und ersetzen. Ich ersetze einfach alle 4 mit 5 und hoffe, damit ist es getan. Und jetzt funktioniert es wieder. Also, meistens, wenn der Service gut ist, erhält man zusammen mit den eingekauften Webfonts ein bereits existierendes Style Sheet, wo alle diese AdFontface-Regeln bereits enthalten sind. Und es genügt, im HTML-Dokument den Link zu diesem Style Sheet zu setzen. Und alles ist bereit. Ich habe hier AdFontface-Regeln, wo der Name der Familie bereits steht. Also, das muss man dann allenfalls nachschauen. Und jeder Font zu jedem Gewicht wird mit dem richtigen Gewicht verknüpft. Und dann kann ich damit beginnen, hier das Dokument zu formatieren, indem ich mit diesen Informationen die richtigen Angaben mache. Wenn ich zum Beispiel das Gewicht 100 verwenden möchte. Jetzt habe ich auch noch Haarlinien-Schnitte zur Verfügung. Also, häufig ist es nicht nötig, diese AdFontface-Regeln selber zu schreiben. Aber es ist gut, sie zu kennen und zu wissen, wo man Hand anlegen muss, wenn es solche Fehler drin hat, wie jetzt zum Beispiel hier eine falsche Version oder wenn zum Beispiel im Fallback Fonts drinstehen, die man nicht braucht, wie EOT und OTF und so weiter. Oder wie EOT und so weiter. Untertitelung des ZDF, 2020